und damit er sie bekommen hat die grüßen die aus aus dem ersten starten so können letztlich treten vor zwei Kampagne Mission wählen aber nicht müssen den Nein, die Batterien aus Kontrolle ist feiner. Super cool. Warum können wir nicht auf weiter? Mission wählen! Feierprobe! Wie haben wir das Ganze normal gemacht? Also machen wir einfach auf normal weiter. Ich hoffe, dass bis dato die Batterien durchhalten. BT und ich sind wieder bei den Überlebenden der 9. Milizflotte. Commander Sarah Briggs leitet eine Missionsversicherung der Energiequelle der Faltwaffe, die Lade genannt wird. Die Scandaten, die ich von der Lade besorgt habe, zahlen sich endlich aus. Wir konnten die aktuelle Position der Lade orten. Sie ist hier, auf Typhon. Und wartet in einem Luftfahrstunde der EMC auf den Abtransport. Wir werden diesen Stützpunkt mit allen Titans attackieren, die wir haben. Nur mit Titans? Ja, läuft Digi, läuft. Läuft, 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 läuft. Ähm. Ähm. Ja. Irgendwas passieren? Mal. Ich bin fertig mit diesen. Oh. Ah. Auch ein Daumen von mir. Die IMC hat eine Faltwaffe entwickelt, die im Stande ist, ganze Welten zu zerstören. Aber ohne ihre Energiequelle, die Lade ist die wirkungslos. Wir müssen die Ladewerke, bevor sie die Luftwaffenbasis verlassen kann. Verladekorps, Waffen entsichern! Bereit noch ein Fertakenfall! Bereit noch ein Fertakenfall. Wui! BT! Das wird unser wichtigster Kampf. Das sind Freunde BT! Auf was wird gefeuert? Auf was wird gefeuert, Leute? Ich weiß es nicht! Wer kommt Titans? Weiß die Lieder! Sie konnten einen töten von uns! Weitermachen! 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 Angriff! Angriff! Wir haben hier Reaper! Exit! Sie gehören Ihnen! Erledigt! Ich hab... Und so ist nicht angeschlossen. Ehh! Ich muss nach Batterien suchen. Bitte. Entschuldigt mich kurz. So, erneut. Welcome back. Jetzt haben wir's. Endlich. So. Ähm. Fortsetzen. Okay! Komm, 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 komm! Super! Komm, komm, komm! Komm, komm! Du musst aufpassen! Das ist immer mehr zu sein. Einmal leicht zu schön. Komm, hier bin ich wiederwelle Seite! Dann raus! Mäni! Wenn wir sechst zu leidlichen. um ja wir haben sie auf jeden Fall ziemlich krass geschwächt Feuer! Wir haben jetzt noch ein paar Probleme. Vergesst es. Dann haben wir auch noch einen. Wir haben auch noch einen. Wir haben noch einen. Wir haben noch einen. Wir haben noch einen. Das Fluchsystem macht nicht fertig. Wir lassen es dir gar nicht. Dann gesichern. Zeitlich noch einer. Feuer. Er ist in der Luft. Raura sagt die Wies. Schöttschild. Feuer! Er ist von Zeiten erfasst. Ich habe ein Problem. unterstützung hier dringend unterstützung sein system ausgewichen wenn es dem ist bereit ich gehe rein wenn es dem aktiviert feindheit erledigt ich kann alles erledigen der titan hat kassiert der titan hat funktioniert ich unterschütze noch ein bisschen ich brauche keinen rauch gerade gehen mit einem titen unter ok wir konnten helfen ein bisschen aktiviert ist ja die stehen im weg ich bin ein bisschen hart aus der manöver schuldschild aktiviert Schieße auf seinen Kopf. Treffe ihn tödlich. Feuer frei. Gegenseit verteilt uns gleich down. Käpt'n, der Weg ist frei. Passen Sie auf, Madam. Madam, wir sind nur noch zu zweit. Ich weiß nicht, ob wir so weitermachen sollten. Sie sagen nichts, Madam. Dann gehe ich jetzt einfach. Tschüss, ich mache Feierabend. Hä, die ist da vorne. Oh, ist hier. Gegner eliminiert. Ich bin da voraus. Oh nein, doch nicht. Zum Fling. Hilfe anwesend. Kernsystem ist offen, nein. Der Weg ist frei, Käpt'n. Der Weg ist frei, Käpt'n. Der MC hat uns nichts gegenzusetzen. Käpt'n. Ich muss immer Käpt'n sagen, Käpt'n. Wir müssen das Schiff erreicht, bevor schlag. Heißen, Ausscheiden, Pilos. Bewegung, Pilos. Der Trampfer aktiviert. Starbflug, Pilos. Weiter jetzt. Wir können nicht weiter Käpt'n. Das ist noch ein bisschen Gegner. Feuer frei, Käpt'n. Das ist ein echter Kampf. Granaten. Soll ich ausweichen? Schaden festgestellt. Ich weiß, P.T. Keine Sorge, ich heil dich. Kommt her. Also ich bin nur über. Wir sind über einer Tanz, ne? Ich habe aber in Dark Souls schon in den Tänzerin getanzt. So. Bist ein Scheiß. Hatte nichts gebracht. Käpt'n, wir sollten uns heilen. Käpt'n, ich habe beide Gesundheitsdinge genommen. Abholpunkt. Wir müssen abgehören. Ich bin schon da. Bereit nach dem Pilot, es geht nach oben. Ja, Käpt'n. Das war der einfache Teil. Mit denen wird alles einfach Käpt'n. Vielleicht ein guter Arbeitsrufer. Wenn sie nach mir gehen, haben sie ihre Pilosenlizen. Gut. Erledigen wir das Ding und ab nach Hause. Käpt'n, ich sehe hier etwas für mich. Ich darf es mitnehmen, oder? Was haben wir jetzt hier als Granatwerfer? Iron, Ronen, Scharfschütze. Zoom auf, lädt. Okay. Energie, Energie. Ich finde, das sieht ziemlich gut hier. Ich habe das Gefühl, dass wir sie verlieren werden. Reef an Anmarsch. Und drängen sie zurück. Eine Falle! Eine Falle! Sprengsystem aktiviert! Gernis 10 bei 7%. Gernis 10 plus 19%. Ich habe Probleme. Ich bin weiter shirt. Ich kann nicht mehr viel machen. Ich brauche ein Kernsystem. Gehe kurzzeitig in Deckung. Und dann machen wir mit. Leben wieder aufgeladen. Kann weitermachen. War keine Situation. Rennen sie mich. Okay. Zeit für Hölle. Seinensystem aktiv. Seinensystem daneben. Ich bin dran, VT. Ich bin dran. Nein, man braucht Entdeckung. Schild muss aufladen. Schild wieder aufgeladen. Ich kann weiter machen. Sprengsystem ist am Start. Ich bin dran. Nein, das ist halt am Boden. Leider nicht schrecklich in den Schwierigkeiten. Ich bin wieder aufgeladen. Sprengsysteme rein. Werden wie viele sind noch vor uns? Oh, ich konnte nicht ausweichen. Oh, VT geht's dir gut. Warne. Hubschaden festgestellt. Wir werden uns den Akonik weiter. Ich hau einfach. Ich haue. Ich haue. Ich haue. Ich bin der Schaden. Warne. Warne. Hat nichts gebracht. Dringsystem ging ins Leere. Da haben wir Kumpfschaden festgestellt. Kumpfschaden. Melle, ich brauche diese Heilung. Ich stehe immer am Vorherser von Venom. Das kommt davon, Madam. Madam, 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 Captain. Captain, Madam. Mads, Captain. Mads, Captain. Reaper down. Captain, unser Verbündeter sieht nicht gut aus. Vor allem ist alles sicher. Ja. 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 ! Nahne, das neckel. Feind erledigt. Oder auch nicht. Jetzt der ist erledigt, Captain. Hmm.